hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video viel spaß und wir sehen uns gleich vor zwei tagen befreiten wir das land von kürt wie und seinen hunden und doch feiern wir heute nicht sondern wir kauern unter einer wolke der furcht aber so muss es nicht sein wir sind nicht die untertanen eines kindkönigs der uns mit füßen tritt wir sind der raben klar unser schicksal gehört uns wusstest du vom treue schwur deines vaters an harald nein und daher brennt meine wut heißer als die jedes anderen mannes hier aber das treibt mich nicht in die verzweiflung wir können nicht in nordwege bleiben nicht unter haralds stiefel nicht ohne neuen krieg zu schüren also gehen wir voran in neue lande nach englerland in eine neue heimat unser eigenes königreich die söhne von ragnar lotbrok sind bereits seit acht wintern in englerland ist überhaupt noch land übrig für einen plan wie unseren mehr als genug weit von den vier königreichen englerland ist nur eines wirklich befriedet ich habe nicht vor mich an haralds leine legen zu lassen mir gefällt die idee unsere eigene saga ich bin dabei wir brauchen zeit und ressourcen um uns eine neue heimat aufzubauen aber die beute aus dem sieg über kürt wie sollte genügen nein die gehört meinem vater als gerechte entschädigung in englerland müssen wir von vorne anfangen du willst dass wir mit nichts in ein land ziehen das wir nicht kennen zu menschen die uns hassen kürt wie es schätze könnten uns den weg sehr erleichtern sie gut ich besiegte ihn ich habe ein anrecht auf diese beute unser abgang soll kein angriff auf meinen vater sein sondern ein neuanfang für uns selbst wenn wir gehen brauchen wir alle hilfe die wir kriegen können wir beanspruchen kürt wie es beute für uns ich verabscheue diebstahl aber wenn es das braucht damit du meiner sache folgst akzeptiere ich stürbjörn wird durch den neuen könig versorgt werden kürt wie es güter gehören uns dann auf nach englerland bevor die nacht anbricht packt ein was ihr braucht aber nicht mehr und haltet den mund das letzte was wir brauchen ist die aufmerksamkeit von haralds truppen wie viel hast du gehört genug ein neuer pfad hat sich gezeigt und eine reise wird herausfordernd sein kommst du nicht mit uns um meiner mutter willen kann ich nicht doch unsere fäden kreuzen sich noch vor dem letzten tag bis dahin leb wohl ja ihr lieben jetzt ist die entscheidung gefallen wo gehen wir hin hier oben das schicksal ist die entscheidung am hafen also geben wir nacht wer weiß es gleich ich weiß es doch schon längst englerland so es wird ein bisschen am hafen gequatscht und das ist also völlig interessant was ich jetzt hier gerade sage aber ich wollte euch nur mal demonstrieren was das nicht so viel bringt wenn ich jetzt hier rede also ist ja eigentlich so selbsterklärend an der stelle ich kann da jetzt gucken ich höre da jetzt ein bisschen zu aber ihr seht es ja da hinten das ist eigentlich nicht weit bewegt das einzige was mir jetzt immer wieder aufgefallen ist und das auch kein geheimnis bei youtube ist das das video was ich jetzt hier sehe ist ja nicht in so einer tollen qualität die knochen sind gefallen dann möge das schicksal uns führen wirst du bereit ja stechen wir in sie und reisen unbehelligt ab solange wir die gelegenheit haben sie ist vorüber siehst du das schicksal reist schneller als wir könig haralds banner siegut was ist das für eine versammlung was hast du vor einen abgang vater so würdevoll es nur geht wenn ich nicht könig in meinem geburtsland sein kann beginne ich eine neue saga in englerland unfug dein platz ist hier mein sohn an meiner seite es wird bald neue siege geben und neuen ruhm meine entscheidung steht vater du stimmst mich nicht um hier gibt es nichts mehr für mich ich muss mir einen namen in der welt machen und ihr habt vornbergs vorräte geplündert wie ich sehe ihr lasst nichts zurück außer eurer ehre du liest mir keine wahl als ich zum team kam war ich ein prinz und als ich ging nur der sohn eines jahres man hat immer eine wahl siegut ich stelle mich nicht zwischen dich und die deinen aber ich gebe dir nicht meinen segen vor 17 wintern öffnete ich dir mein haus eivor und nun ist ein einziger dank mich auszurauben ich hätte dich den wölfen überlassen sollen trauriger alter elch nimm diese worte nicht mit nach englerland er hat diesen tag selbst verschuldet ich weiß die zeit der tränen ist vorbei ihr schlafen säcke jetzt legt eure ganze kraft in die schläge ich halte die kraft gut ein tag wir müssen ein ozean überqueren schon klar du fauler arschling siegut wie lautet der kurs siegut ein lied um unseren huger zu stärken ja wenn die götter auf das tor uns einen mächtigen frucht schickt um uns anzutreiben ein ozean liegt vor uns eivor und auf der anderen seite erwartet uns ein neues königreich ich war einen sommer in ihrem königreich mercia das wetter ist mild das land wild und üppig mittlerweile werden ragnars söhne es ganz erobert haben werden wir uns ihrem heer anschließen sie schließen sich uns an bald wird ganz englerland den rabenklan kennen und den ruhm den wir diesem zerrissenen land brachten also nach englerland für ruhm und schicksal nach englerland nach englerland oder walhall nach englerland nach englerland auf hinten nachordnung nach glein seafood idea nach hier 玉 anges nach nach Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wissenschaft Ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Sierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Citrus-Rezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Hm. Ja. Willkommen in Ordnung? Vielen Dank. Es ist schön, aber nicht nur mal. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich würde gerne eine Runde spielen. Egal wie du es nennst, Sean, hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut. Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also, es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Ist es okay, wenn ich Musik am mache? Ja, mach ruhig. Cool. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass es nochmal passiert. Die zwei Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war weh. Zwei Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischen funkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für... du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt. Mach ich nicht. Sorry. Okay. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen. Es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norweger Grab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich. Und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay. Ich bin bereit. Dann los. Ich bin bereit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen wachsam sein. Randi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter! Ja! Ich muss mich in Acht nehmen. Wir können nur kommen und aufbieten, was es hat. Ich bin bereit! Seegurt, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein! Doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den vier königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein! Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Geht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar! Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer in Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wulff, der ihn tötet! Das ist der Unterschied! Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott! Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen! Seht mal! Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht! Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das reicht, wenn man gleich käme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heilige. Da gibt es viele Schätze. Später, Dark. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Haltet die Boote an! Legt da drüben an! Der Weg wird durch eine Kette versperrt, wie sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein! Nein, Dark. Du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Diesen Wachen entgeht nichts. Diesen Wachen entgeht nichts. Diesen Wachen entgeht nichts. Diesen Wachen, darfst es noch einer Stärke aus. Diesen Wachen, wie er das Ziel besagt, er sich be Для machte. Diesen Wachen, weiß ich was auch immer für die Zache. Beidee nicht ihn nicht. Diesen Wachen, es wird es mir einctica- Diesen Wachen, ist es nicht zu sein. Diesen Wachen werden in der Art. Diesen Wachen, wache ich mich. Anfforestation auflö witness, Wachen mit deinem Leben, an feldetwasfall? Okay. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Die Kette ist riesig. Wie immer, Bruder. Du stirbst jetzt. Wir lassen uns nicht beirren. 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 Siegel! Kommt! Wir lassen uns nicht beirren. Ich었어 jetzt jetzt eine lange Zeit und wieder nach Karlsruhe. Vielen Dank.